. 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 Schatz, alles okay? Nee. Ja, mega den Filmriss. Hast du gestern im Sonar zu Hut gefeiert? Sonar. Ja, weißt du nicht mehr? Du warst dort mit Jodie und Sarasa. Jonas? Du lebst im Moment, oder nicht? Jonas! Jonas, was ist los bei dir? Ja, keine Ahnung mehr. Oh! Ich muss Julian rufen. Schatz, weißt du, wo mein Handy ist? Ich muss mein Handy finden. Du musst Juli erreichen, ich muss... Du machst jetzt erstmal gar nichts. Du musst erstmal wieder klarkommen. Scheiße. Oh, mein Kopf. Du lebst den Moment. Oder nicht? Ja, was war denn hier los, Freunde? Jetzt gerade sind wir wieder im gewohnten Reich. In der Realität. Da, wo das Leben sich wirklich spielt. In meinem bekannten Moderationsstudio. Aber das eben war ja ganz schön abgedrehter Scheiß. Fakt ist tatsächlich, und das ist die Realität. Das Ganze war eine Kooperation in Zusammenarbeit mit Prime Video. Vielen Dank an der Stelle schon mal, dass diese Kooperation so geil möglich war. Das hier ist nämlich nicht das einzige Video, was dazu entstanden ist. Dazu gleich aber mehr. Denn dieses Video hier ist entstanden, um auf eine richtig coole Serie aufmerksam zu machen. Und zwar das Prime Original Beat, was ab dem 9.11. verfügbar ist. Ein Leben auf einem Lichtstrahl. Das bin ich. Beat. Du feierst deine Freiheit und hast keine Ahnung, was sie kostet. Und dazu haben wir halt nicht nur dieses kleine Video hier auf meinem Kanal gedreht. Denn das Ganze steht quasi in Kombination mit einem Musikvideo, was auf dem Prime Video Kanal hochgeladen wurde. Einen YouTube Kanal, den müsst ihr auf jeden Fall abchecken. Genau das Video müsst ihr abchecken. Der Link ist dazu unten in der Beschreibung auch. Wir haben quasi meine Perspektive von diesem Abend, was da abgegangen ist, auf meinem Kanal hochgeladen. Auf den Kanälen von Judy und Sarah Saar gibt es jeweils nochmal zwei andere Perspektiven. Diese Videos müsst ihr euch auch unbedingt angucken. Die sind auch richtig hochwertig geworden. Um jetzt aber ganz kurz ein bisschen Licht in die Dunkelheit zu bringen, was eigentlich abgeht. Und Licht in der Dunkelheit ist eigentlich ein gutes Stichwort, was gut zu der Serie passt. Denn der Hauptteil der Serie Beat spielt tatsächlich einem Club namens Sonar. Denn genau darum geht es auch in der Serie. Es geht um das Berliner Club-Leben. Und vor allem die Hauptfigur namens Beat. Es geht um die Club-Szene, um schmutzige Deals, Waffenhandel, Drogenhandel, sogar Organhandel. Das wird sogar im Musikvideo thematisiert. Die Serie klingt unfassbar vielversprechend und ist damit auch schon auf meiner persönlichen Watchlist. Hammer geworden, also checkt es jetzt ab. Das war das Video, Freunde, wenn euch das ganze gefallen hat, auf jeden Fall Daumen nach oben geben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Ciao, Freunde. Ich wünsche uns unbedingt die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020